Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir sind letztes Mal hier in dem Unterschlupf von Arneki stehen geblieben, wo wir ihn jetzt stellen wollten, nachdem wir seine Bomben entschärft haben. Na gut, was heißt entschärft, wir haben halt alle Kabel rausgerissen. Ganz vor Schlaf. Wir beide könnten gemeinsam großartige Dinge vollbringen. Ich kooperiere nicht mit Verbrechern. Du musst dich stellen. Ich sag dir was. Ich stelle mich, sobald du das Gleiche getan hast. Aber du siehst dich selbst nicht als Verbrecher, oder? Das Kostüm, die Spielzeuge, das Anspruchsdenken. Du bist nur einer dieser reichen Jungs, die sich wegen ihres Geldes schämen. Eine Schande. Noch eine, der gekauft hat. Eieieiei, das geht ja gut los hier. So, ja, wir schämen uns wegen des Geldes. Naja, ich bin teilweise zu mir los. Was ist das? Wir werden so nicht mehr leben. Wir kennen... Weg damit. Wie du wolltest, ist es vorbei wie ich. Das Ganze gar nicht wie ich. Wie hier. Wir nehmen uns alle. Aber... Jetzt mal aufhören, deine Ballotops hier zu schmeißen. Ich bin... Ja, komm schon. Arneke. So. Der piekst uns leider, wenn wir nicht aufpassen. Also wenn wir ihn frontal angreifen. Deswegen lieber überspringen. So. So. Ah, er hat sein Stöckchen nicht gefehlt. So, dann erledigen wir erstmal hier die Fuß. Dann können wir uns besser auf ihn konzentrieren. Ui. Okay, man muss wirklich nur die Boots anschalten, hauptsächlich. Du bist noch ein Kind. Und? Spielt das eine Rolle? Ja. Ich wollte einen Unterschied machen. Ich dachte, du denkst genauso. Das tue ich, aber nicht so. Viele unschuldige Menschen wären deinetwegen beinahe gestorben. Unschuldig? Sie haben tatenlos zugesehen, wie Gotham vor die Hunde ging. Sie haben Angst. Nein. Sie sind schwach. Genau wie du. Okay. Alles klar. Läuft bei dir. So. Die Polizei ist auf dem Weg. Wir haben einen Stufenaufstieg. Das werden wir doch direkt wieder nutzen. Jetzt war ich hier unten für unsere dritte, äh, für unser dritten Kampfpanzer. Genau. Jetzt haben wir als nächstes kritischer Konter oder Special-Combo-Batch warm. Ah, schalte eine neue Kampffälligkeit frei, die einem Federmarschfarm herbeiruft und alle Gegner in der Nähe betäubt. Das ist auch cool. Okay. Die haben eine Wayne-Tag-Verbesserung vergeschaltet. So, gucken wir erstmal hier auf die Map. Aha, da ist noch ein Datenpaket hier irgendwo. Boah. Ah, ja. Gut. Ah, ne. Das ist einfach nur ein grüner Heimer. Hier irgendwo da. Da liegt's rum. Belastendes Material 1. 1 von 10. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr gefunden. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit der Hauptstory weiter als nächstes. Wir sind jetzt zwar gerade ewig weit weg von der, aber die finden wir schon. Gut, die ist ja in der Nähe von, äh, kurzer Dank in der Nähe von einer Batwing-Abwurfstelle. Hallo Christian. Tut mir leid, ich muss den Kleiner verprügeln. Sieg mir das jetzt mal zu sein. Das ist ja so. Einmal, denn ihr fuscht hier an meinen Beweisen rum. So. Auch interessant ist, wir können hier tatsächlich, da Batman nicht tötet, niemanden von Gebäuden runterschubsen oder runterprügeln. Das war gerade ein Bug. Alles klar. Okay. So. Einmal kurz hier die Überwachung. Die Übertragung entschlüsseln. Aha. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Klar, was mache? Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben da sogar seine patschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leibnitz. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Wird gern sehen, wie er sich da rauswinden will. Tut mir leid, Jungs. Und weg mit dir. Okay, dann gehen wir mal rein hier. So, damit sind wir in den Lazy Towers. Da haben wir auch noch ein Enigma-Datenpaket, aber nur ein einziges. Hier ist alles abgesperrt, da können wir überall nicht durch. Aber hier ist offen. Das ist gut. So, jetzt gucken wir doch erstmal, wo können wir hier noch das Datenpaket abgreifen. Guck mal, der Schnappag... Oh, da hinten liegt es. Alles klar. Meins. Dankeschön. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Ich glaube, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. So, das ist... Offenbar Black Mask. Das wir kennen an der schwarzen Maske. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann die nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen. Was ich hier nicht kann. Okay, das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes angucken. Ah ja, da liegt eine Frau. Ich würde mal sagen, das ist doch ein sehr großes Weißstück. Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel. Langes Vorstrafen-Register. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Vorstrafen-Drogenhandel. Ah ja. Okay, was ist da? Das Steuer entstand durch einen Molotov-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Alles klar. So, dann schauen wir uns nochmal hier Black Maske an. Jemand hat ihn erschossen. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Hä? Ja, würdest du jetzt bitte mal fertig machen? Dankeschön. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Ah ja. Diese Kugel schnappt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. So, was ist das nächste? Da geht's noch ran. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins. Aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffany's Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffany's Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffany's Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Hm. So. Da ist doch mal was. Genau. Was sind zu keinem der beiden Opfer? Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Okay. Also, da ist er reingekommen. Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Angora oder? In dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Aha, da ist es runtergefallen. Ein Handy. Sie schrieben mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens Der Joker. Der Joker. Der Mask wurde umgebracht. Aber das geschah schon vor mehreren Tagen. Und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten waren nur noch mehr Fragen. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier? Oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Hm. Alfred, ich brauche Zugriff auf die Nationale Verbrecherkartei. So, und dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, und dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Dann holen wir wohl einmal den Erschütterungszünder. Und zack. Okay. Wo auch immer dieser Bulle jetzt auf einmal herkommt. Aber egal, den haben wir recht schnell weggekriegt. Ab jetzt kriegen wir auch Gegner mit Schäden. Oh, da ist noch ein Enigma-Paket. Delta 82, Delta 82, bitte komm. Delta 82, komm. Delta 82, bitte melden. Delta 44, keine Antwort von 82. Bitte bestätigen Sie den Status von 82 vor Ort. D4 Zentrale. Okay, haben wir jetzt noch irgendeine Nebenmissionen gerade am Laufen? Irgendwo abgesehen von den Enigma-Datenpaketen natürlich und den Relais? Nein, okay. Wo sind wir? Wir sind da. Oh, da ist noch ein Spiel. Dann gehen wir jetzt nach Hause in die Betthöhle. Einmal. Schwingen dann unseren Arsch an den Baskettisch natürlich einmal. Willkommen daheim, Sir. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Bergbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden. Nicht montiert. So, was haben wir da? Wo ist die Werkbank? Ist das die Werkbank? Das sieht doch noch Werkbank aus. Erschütterungszünder, okay. Aber das würde, was das da auch noch ist. Ist das diese Seilrutsche hier von... Nee, ist was anderes. Können wir jetzt sonst noch irgendwo was mitnehmen? Unten vielleicht... Hier scheint uns... Äh, zu... ...verarzten. Ah, da drüben steht das Bettmobil. Ist es da hinten? Wo geht es da hin? Der Aufzug. Wahrscheinlich ins Wayne Manor hoch. Okay, aber der Aufzug ist halt leider kaputt. Wie es scheint. Ah, und das wird das Trainingsareal sein. Okay. Dann machen wir mal eine Schnellreise zum GCP-D. Wo sind das? Äh... Hä? Äh... Bin ich jetzt blind? Wird es mir gerade einfach nicht angezeigt? Das hier ist einfach mal die Bowery. Was... Ne... Ah... Verlassenes Gerichtsgebäude. Lazy Towers. Enigmas HQ. Ah, da unten ist es. Aha. Okay. Da war das Ding. Da liegt mein Datenpaket direkt daneben. Das wird noch nicht gesehen. So, gut, den Wert. Oh, nein. 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 So, dann wollen wir doch mal... Erstmal zerstöre ich das Netzwerk-Relais. Oh, nein. Oh, shit. Direkt durch die Eingangstür ins GCPD-Marschieren. Wahrscheinlich nicht die glücklich wird. Ich muss einen anderen... Oh, shit. Oh, shit. Okay, anscheinend müssen wir übers Dach rein. Aua. Aua. Warum wollen das denn mal alle sehen? Es gibt Dinge. Es gibt Dinge, die sollte man nicht entdecken. Es gibt Geheimnisse, die man einfach nicht aufdecken sollte. Die sollte man dann einfach geheim belassen. Oh. Das ist mal... Das kann man auch noch nicht machen. Später können wir diese Dampfdinger ausschalten, aber jetzt aktuell noch nichts. Dafür fehlt auch noch ein Gadget. So, haben wir noch mehr Schützen? Nein. So, die haben wir dann einmal jetzt ausgeschaltet hier. Dann sammeln wir noch das da ein. So. Du wirst von dem da gesehen, das wahrscheinlich. Okay, dann hätten wir ein weniger schon mal wieder. Da waren es nur noch 5. 5? 5. Die 4 da werden knifflig. Okay, damit waren es nur noch 4. Den müssen wir als letztes ausschalten. Als nächstes wird es glaube ich der da, der linke von den beiden, weil der müsste sich gleich auch wieder bewegen. Jawohl. Allerdings schaut der da gerade in die Richtung. Jetzt nicht mehr. Das ist gut. Man kann halt echt vor deren Augen vorbeischwingen. Die sind halt echt kurzsichtig wie was. Auf dich machen wir jetzt einen Kleidtritt. Und back mit dir. Gut. Damit geht es jetzt ab hinein. ins GCPD. So, wir haben hier 14 versteckte Enigma Trophäen. auf dieser Ebene hier ist keiner. Ich glaube, das ist nicht mehr lange versperrt. 3, 2, 1. Zündung. Sehr schön. Ja. Wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Ich würde mir das ja liebend gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist ... ... vorbei. Loth. Loth hat das verstanden. Aber Gorg spielt nicht für's Tief. Es wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lazy Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. So, und schon sind wir eine Etage tiefer. Hier sitzen wir in den Aracen. Da gibt es tatsächlich eine, hier einmal das Enigma Datenpaket, hier oben. In dem Raum. Ach Gott. Ach, ausgerechnet sind ja Gordon. Und Gordons Büro ist das, glaube ich. Egal. Das ist so gut. Du hast mich auf den 8-8-8-8-8 in der Stadt heute Nacht. Unseren spärlichen Informationen zufolge gehören sie zu den gefährlichsten Kriminellen der Welt. Wie wir von Boylan Jones erfahren haben, betreffern sie um eine Norbis-Kopfgälters ... Na ja, sie sollten den Tatort sicher nicht quatschen. Kein Wunder, dass die Pflege ... So, oder? Wir sind hier. also wir laufen das hier kommen jetzt gerade nicht rein da kommen wir wahrscheinlich erst am ende ran weil da ist der ausgang hier das werden wir wahrscheinlich rankommen und hier können die regeln so okay locker nummer eins ok da kommen wir nicht rein warum kommen wir nicht rein bei solchen türen nicht weiter ich muss einen anderen weg schade das kann man nicht machen okay der detektiv blick kann vieles regeln einmal rauf da rein da gegen so viele bewaffnete männer habe ich keine chance mit der strokes fernlenk kralle kann ich über ihnen vorbeikommen wenn ich nicht aufpassen alarmiert diese wache die andere ich brauche den sequencer hier so da oben ist ein datenpaket ich glaube an die meisten datenpakete kommen wir tatsächlich gar nicht ran weil da konnten wir nicht ran da kommen wir jetzt aktuell auch nicht ran da benutze die fernlenk kralle um ich springe in der raute da war der jetzt einmal ein bisschen zu weit weg leider weg mit dir sehr schön so kommt man hier durch ok damit hätten wir das datenpaket eingesammelt und können dann jetzt hier ein interrogation also was kann dein unterbrecher denn so ein bisschen hier von ein bisschen da von aber hauptsächlich jede menge geht dich gar nichts an ich will es aber wissen so große klappe dann erzählmann was kann der oder willst du wieder als christbaum enden nee nee du kannst dich mal dafür verantworten dass du mich vom dach geschmissen hast alter nein du antwortest mir wie funktioniert dieser unterbrecher fragt auch die bullen die beweismittelsicherung hat ihn wie wärs mit einem spaziergang auf dem dach ok ok du gewinnst er blockiert waffen überbrückte elektronische schlösser und lässt du mich jetzt los wie ist das beim letzten mal für dich ausgegangen ok aber dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder von let's play batman arkham origins bis dahin und tschüss